Ja, hallo, mein Name ist Stefan Pohl und mein Geschäftspartner Christian Köhler und ich, wir haben vor allem ja dieses Objekt, die ehemalige Sempvilla oder weithin bekannte auch als EFA-Haus, erworben. Wir können ja mal reingucken. Gucken wir mal rein. Hier hat sich in den letzten zwölten Monaten recht viel getan, von Rohbauarbeiten bis Abschleifen der Türen, die Fände verspacht in den Boot machen der Wände, also sehr viel Arbeit. Dabei sind uns einige Details aufgefallen, wie zum Beispiel hier die ursprüngliche Senffarbe, die wir in diesem Bereich auch sichtbar gelassen haben. Oder auch diese besonderen Glasfliesen, die wir in diesem Bad erhalten. Über diese besondere Treppe erreicht man hier das erste Obergeschoss. Hier wohnen seit ca. drei Monaten schon vier Studenten, zwei Hunde und eine Katze. Aber diesen Rosenbaum, da will der Bewohner mir doch damals richtig stückchenweise auch abkommen. Und in diesem Blick kann man als Bewohner genießen. wir sehen uns noch einmal diesen knowen Schemen. Wie gesagt, ich bin der So creative hier und so viel .